hey leute was geht ab ich hoffe euch geht's gut ich dachte mir warum zögern ich hau einfach das nächste video schon mal raus ihr habt ja auch verdient ihr seid ja auch fleißig am schauen und hot wheels macht auch spaß und heute habe ich was ganz besonderes für euch und das befindet sich hier in dieser kleinen vitrine wenn wir mal nach unten gucken diese zwei autos dort drüben werde ich euch zeigen das sind nämlich zwei nfts die ich bekommen habe von mattel ja die zeige ich euch heute mal aber vorher dachte ich mir zeige ich euch noch mal ein bisschen die sammlung noch mal weil es einfach spaß macht weil es einfach spaß macht die anzuschauen schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam man so den habe ich ja vor kurzem aus dem smith toys mitgebracht diesen schönen silhouette skyline wo ich anfangs ja eigentlich dachte das wäre ein custom und ich dachte den gibt es gar nicht so wo ich das bild zum ersten mal im internet gesehen hatte aber den gibt es wirklich der sieht wirklich aus wie ein custom ist aber doch offiziell von mattel aber der wurde irgendwie gar nicht angekündigt also ich habe das von mattel aus irgendwie nicht mitbekommen dass der irgendwie angekündigt war ich habe das immer nur über facebook mitgelesen oder englisch oder englischsprachigen foren dass die leute den gefunden hatten und ich dachte erst das sei fake aber den gab es dann wirklich und dann hieß es walmart exclusive bzw usa exclusive den soll es gar nicht in deutschland geben und irgendwie landet der von einem tag auf den anderen einfach mal so bei smith toys und ich habe mir den gar nicht richtig angeguckt muss ich sagen schaut mal auf die motorhaube dieser spoiler bisschen tiefer gelegt schön sitzt der da auf dem transporter und ich habe das in seiner protectorhülle und viele fragen mich weil ich ja hier auch auf der seite diese ganzen protektoren habe wo habe ich denn diese ganzen protektoren her und da kann ich euch kein niemand bestimmtes nennen ihr müsst einfach mal gucken im internet schaut doch einfach mal bei google oder ebay ich habe das jetzt aus dem ausland koste es was es wolle dachte ich mir denn ich musste es dringend irgendwie schützen vor staub damit das damit das geschützt geschützt ist genau wie die hier denn wenn ich die so aufhänge ne dann bildet sich hier oben vielleicht nur manchmal staub das mache ich dann aber auch weg und wenn ich das ohne protektor machen würde dann würde die karte dann mit der zeit auch zu schaden kommen ja und dann habe ich es einfach mal gegoogelt so protektor team transport oder protektor long card protektor premium und dann habe ich mir mal so wo ich dachte das sei günstig habe ich mir einfach irgendwo aus dem internet was geschnappt und bestellt aus großbritannien aber ich glaube in deutschland gibt es mittlerweile auch solche protektoren muss man mal genau gucken wie gesagt ich kann euch nichts bestimmtes nennen und ansonsten ich habe leider nicht so viel platz hier drin da hinten ist nämlich noch so ein porsche so ein porsche set was so ein bisschen untergeht leider einfach aufgrund von platzmangel noch mal team transport hier mit so einem nissan dann dieses zwei pack auch richtig nice und dieses fast and furious nissan skyline modell auch nicht schlecht ja und im letzten video habe ich ja gesagt dass ich auch ein nightrider liegen gelassen habe diesen premium weil ich habe ja den schon den finde ich cool der kann auch leuchten also die led lichter vorne kommt mit so einem usb kabel zum aufladen ansonsten habe ich hier noch diese ganzen hübschen lambos schwarz rot und grün blau jetzt wo ich schwarz rot sehe fehlt nur noch ein lambo in gold oder gelb und ich lasse euch einfach mal ein bisschen mit teilhaben hier zuzusehen es macht einfach spaß dass ich fühle mich einfach wohl hier ich schaue mir die hot wheels regelmäßig an umgibt mich einfach gerne in diesem zimmer hier und ja guck einfach immer so nach diesen hot wheels ich sehe gerade hier ist so ein team hier ist so ein diorama set und dieser dieser lastwagen hier ist ja genau der gleiche wie der hier aber halt in einer anderen farbe und der hat sogar hier so zwei türen bei cell tune job steht da sogar noch drauf cool so kleinigkeiten fallen einem doch nicht auf wenn man nicht genauer schaut richtig schön ja das hat mir auch bei smith toys gesehen hier dieses diorama set das ist das ältere diorama set hier auch nicht schlecht und ich hoffe euch macht spaß auch einfach mal so ein bisschen zu gucken hier diese ferraris den weißen finde ich richtig hübsch ich weiß nicht aber den weißen finde ich irgendwie nirgendwo mehr der gefällt mir besonders hier von hot wheels ja und dieser nft garage oder nft garage und da fällt mir ein auto doch schon auf den boden aber zum glück nichts passiert kommt gleich wieder rein meinte ich sollte diese autos eigentlich mal aufmachen aus der verpackung gefallen ich meine da auf der seite habe ich ja schon welche rausgenommen die hängen da an der wand ja und die ich weiß nicht die karte ist einfach so schön die karte ist so schön deswegen lasse ich das komme zu nft porsche 911 gt3 rs die wurden mir kostenlos zugeschickt und ja ich glaube viele wissen noch nicht was hier dieses nft zu bedeuten hat das nämlich nicht nur diese digitalen bilder sondern auch physische bilder die man hier so in echt in der hand halten kann und zwar lief das so da kam diese nfts raus bei hot wheels und als der account dann dann ablief und dann der drop kam dann habe ich sofort zugeschlagen dann war das irgendwie sehr schnell ausverkauft dann hatte ich irgendwie so sieben packs gekauft dann habe ich die geöffnet sowie pokémon karten ja und dann habe ich das glück gehabt diesen goldenen porsche der war ja limitiert auf 1500 stück weltweit und diesen ersten martin mit 3000 stück weltweit habe ich dann geöffnet in diesem pack und die beiden konnte man dann auch redeemen also einlösen als physische autos deren rest nicht ja klar da gab es doch auch noch ich glaube ein chevy gab es da schade dass ich diesen schönen chevy truck oder bus nicht bekommen habe der hat mir echt gut gefallen aber ja ist halt auch eine glückssache diese beiden habe ich bekommen ich würde sagen das gucken wir uns jetzt mal in ruhe an denn ich habe euch schon sehr auf der folter gespannt oder soll ich im nächsten video wieder mal ein bisschen was aus der sammlung zeigen ich meine ihr kennt ja die auto schon es macht mir einfach riesen spaß deswegen schwenke ich die kamera ab und zu mal einfach in die richtung aber ich würde sagen es wird zeit die aufzumachen ja leute so da bin ich hier am schreibtisch und hier im hintergrund am pc bildschirm seht ihr was ich beim letzten mal gefunden hatte fast und furious nissan super silhouette team transport set und ich hoffe ich bin ein bisschen 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 aufgeregt deswegen hoffe ich dass man hier mein atem nicht in der kamera hört oder dass ich nicht so ja dass das nicht stört aber was habe ich hier jetzt gerade porsche 911 gt3 rest wisst ihr was wir machen ja ich könnte auch mit dem besten anfangen aber komm machen wir ersten martin zuerst ich hoffe das licht ist in ordnung und der porsche 911 gt3 rest so sieht das ding aus und der ersten martin sieht hinten so aus nft garage und bei diesem goldenen das ist ja der ist ja gold weil das ein treasure hunt ist deswegen steht hier auch nochmal auf dem auto ganz dünn nfth und auch auf dem kennzeichen nfth für nft treasure hunt und wie gesagt so sieht das hinten aus und auf der rückseite hier von dem porsche ist das ganz gut gemacht denn die wissen ja auch dass man so einen goldenen porsche hier als ja was auch hier so stark limitiert ist dass man das nicht unbedingt von der karte aufreißt deswegen haben die nochmal so ein durchsichtsfenster gemacht damit man einfach hinten nochmal so als sammler das auto von der anderen seite sieht ja und so sehen diese zwei autos aus wo hänge ich sie hin ich würde sagen den goldenen porsche den können wir so viel platz habe ich ja jetzt nicht mehr den hänge ich mal hier hin da macht er sich doch richtig schön und dann mein zweiter nft als physisches auto das sind die ersten beiden autos die ich überhaupt so als nft auch in meiner sammlung besitze da müssen wir auch noch ein schickes plätzchen für finden machen wir den mal ja schwere entscheidung ich hau den einfach mal glaube ich nee das sind die nissan skylines ja da muss ich mir noch überlegen wo ich den hin hau vielleicht einfach mal erstmal dahin damit die so ein bisschen nebeneinander stehen seht ihr das goldene im licht wie schön das glänzt ja viel kann ich dazu nicht sagen ich lasse es auch im protektor so gut gefallen mir die beiden auch ja nummer eins steht da dran und da steht nummer 28 was auch immer das heißt bin aber echt froh auch wenn das licht hier so ein bisschen blendet dass ich die autos abkomme ich mache noch mal so ein so ein thumb nail ja und ansonsten schaut euch gerne das zweite video an das video habe ich auch gemacht könnt ihr euch gerne anschauen muss ich noch mal gucken ob ich die nfts da lasse oder ob ich sie noch mal hier rein mache und dann zurück in die vitrine also leute vielen dank fürs zusehen wenn ihr noch mehr aus der sammlung sehen wollt dann lasst es mich gerne wissen was haltet ihr von den nfts die jetzigen neuen nfts habe ich mir nicht geholt die jetzt vor vor ein paar tagen oder ja vor ein paar tagen rausgekommen sind die habe ich mir nicht geholt bin jetzt nur bei den beiden geblieben also bis dann Leute wünsche euch ein schönes Wochenende man sieht sich macht's gut ciao lasst ein like da einen kommentar da es gibt immer so viele Zuschauer ich weiß nicht wer ihr alle seid aber ich bin dankbar dafür dass ihr zuschaut bis dahin bleibt gesund bis dann